Ja, Quality Group auf der DMS-Messe 2013 in Stuttgart. Viele interessante Beiträge, Quality Group mittendrin, EM, das Schlüsselthema schlechthin. Und wir spielen auf der Klaviatur voll damit. Wir halten Vorträge, wir sind in Podops-Diskussionen anwesend, positionieren unser eigenes Thema, was wir seit vielen Jahren finanzieren, EM, in der Breite. Die Anwender, die Besucher sind begeistert. Allein das Wörterbuch, allein das Fachmagazin und die Interpretation von EM bestätigen diese Meinung, dass die Prozesse der Menschen in der Organisation in Zukunft noch viel deutlicher von der IT unterstützt werden müssen. Insofern wird die Quality Group den Weg konsequent weiter gestalten und mit den Fachartikeln und Meinungsbeiträgen konsequent und aktiv diesen Weg unterstützt.